Wer hatte den Tag für Dienst? Justin. Raus. Wieso? Justin, ich möchte dich heute nicht sehen. Raus. Ich bin heute auch nur für eine Stunde dabei, wie man es hört, ich habe leider, ja, mich hat es erwischt. Ich bin krank. Ich würde auch schon die ganze Zeit so passen, aber es wird nicht. Und Frau Flutscher löst mich gleich ab. Und dann gehe ich nach Hause und mich ein bisschen auskurieren, damit ich auch fit bin für die Arbeit, für die Mathearbeit nächste Woche. Dann will ich kurz einmal, ich kann nicht das machen, wir schaffen das heute, oder Leute? Das schaffen wir, Julia. Lea, wir machen das, ne? Ja. Sag mal, spinnst du eigentlich? So tut mir leid. Nee! practicator.